Donau 3FM Weihnachtsmarktradio, heute ehrlich gesagt zum allerersten mal nicht vom Ulmer Weihnachtsmarkt, sondern hier aus unserem Weihnachtsmarktstudio in der Bastei-Straße, hat den Hintergrund, das ist ja gerade alles ein bisschen kompliziert mit dem Weihnachtsmarkt, man weiß noch nicht so wirklich, wird er jetzt endgültig abgesagt, wird er nicht abgesagt. Außerdem haben wir da in ein paar Minuten auch noch einen anderen Gast und mit Corona und zwei Gästen gleichzeitig, das ist einfach schwierig, deswegen haben wir heute mal eine Podcast-Produktion ausgelagert. Ich bin der Nico und bei mir ist heute die Michaela Schneider von Allgäu Concerts. Michaela, du bist Geschäftsführerin bei Allgäu Concerts. Für alle, die es nicht kennen, ihr kümmert euch praktisch darum, dass Künstler auf den Schwörmontag hier in Ulm kommen, nach Biberach auf den Marktplatz, am Bodensee, ringsrum, seid ihr überall dafür zuständig eigentlich, dass die Menschen ihre Konzerte erleben. Genau, wir buchen die Künstler auf die Locations, die du alle schon genannt hast gerade eben und organisieren das Ganze drumherum, dass der Künstler dann auftreten kann und die Leute kommen können. Wir sind jetzt nicht auf dem Weihnachtsmarkt, sondern hier bei uns im Studio, ist auch schön, aber war... Ja, schön. Ich habe den Blick gesehen. Ja, nicht ganz so schön wie auf dem Weihnachtsmarkt. Warst du dieses Jahr schon mal auf einem Weihnachtsmarkt und wie ist es bei euch im Allgäu? Wahrscheinlich auch alles abgesagt, oder? Genau, ja, bei uns im Allgäu gibt es keine Weihnachtsmärkte. Ich war selber auch noch nicht dieses Jahr. Wollte sehr gerne auf den Ulmer Weihnachtsmarkt jetzt gehen, aber jetzt muss ich mir das nur überlegen, ob mir das zeitlich heute noch reinpasst, ja. Also im Notfall gebe ich dir später einfach noch einen Glühweingutschein und so für eine Feuerwurst mit und dann kannst du ja eventuell noch vorbei. Perfekt. Bist du eher Glühweintyp oder eher Feuerzangenbohle? Nee, eher Glühweintyp, Feuerzangenbohle ist mir zu hart. Ich frage das jedes Mal, weil ich da tatsächlich sehr lustige Antworten bekomme. Mein letzter Gast hat gemeint, er mag irgendwie, ich weiß es schon gar nicht mehr, Weißwein mit Sahne und Zeug drin, wo ich mir gedacht habe, boah. Das hört sich speziell an. Genau, ja, genau. Ich glaube, so habe ich das auch ungefähr bezeichnet. Okay, also du bist eher der Glühweintyp. Weihnachten für dich, habt ihr Tradition in der Familie, die ihr begeht? Ja, doch, für uns ist Weihnachten schon sehr wichtig und wir feiern das relativ groß und auch an jedem Tag, also an Heiligabend, am ersten und am zweiten Weihnachtsfeiertag. Ja, und jetzt schauen wir mal, wie es dieses Jahr wird, ob groß oder klein. Aber ja, das wird schon sehr ausgiebig gefeiert. Wie war es bei euch letztes Jahr? Habt ihr so Videokonferenzen mit Verwandten und Bekannten gemacht? Nee, wir haben halt klein gefeiert und haben unsere Familientreffen dann im Sommer nachgeholt, aber wir haben keine Videokonferenzen gemacht. Das war für alle irgendwie nicht so toll. Ja, also wir hatten das tatsächlich. Wir haben mit meinen Großeltern dann, das war erstmal eine Herausforderung, übers Telefon meinem Opa zu erklären, wie er das jetzt überhaupt einstellen muss alles, dass wir das dann hinbekommen haben. Also wir haben das so gemacht und ich muss auch sagen, also wirklich, also es hat halt irgendwie was gefehlt. Klar, man ist dann irgendwie von dem Bildschirm so und ja, aber es ist halt nicht dasselbe. Und also ich drücke die Daumen, dass es dieses Jahr klappt, dass wir Stand jetzt ja noch mit unseren Familien zusammen feiern können. Das ist schon wichtig, gerade an Weihnachten. Doch, das ist schon schön und vor allem, weil es ja letztes Jahr schon ausgefallen ist, wäre es schon schade, wenn es jetzt nochmal ins Wasser fällt. Mal unabhängig von Familienweihnachtsfeiern. Ich kann mir vorstellen, du schaust gerade auch trotzdem gebannt auf Corona-Beschlüsse und Landesregierungen und Co., weil ja auch für euch in eurer Branche als Veranstalter da ganz viel jetzt momentan dranhängt. Ja, genau richtig. Wobei ich sagen muss, jetzt im Winter haben wir gar nicht so viele Veranstaltungen geplant, jetzt im Dezember und Januar, eher dann im Frühjahr und im Sommer. Und die paar Veranstaltungen, die wir jetzt in den Monaten haben, die sind natürlich jetzt betroffen von den neuen Beschlüssen und den Begrenzungen. Aber die große, breite Masse ist das jetzt nicht. Für uns zählt Frühjahr und Sommer, was dann da ist. Und da bin ich schon noch sehr positiv, momentan zumindest. Ja, es stehen ja tolle Highlights an. Max Giesinger in der Ratio Farm Arena im Frühjahr, glaube ich. Dann im Sommer Wiley Open Air. Münsterplatz sowieso, Schwörmontag mit Toto, Biberach, Sarah Connor. Also da sind ja richtig tolle Sachen dabei. Schloss Salem Open Air ist ja auch ein tolles Line-Up mit Sido zum Beispiel noch. Also ich glaube, da kann man sich schon drauf freuen. Wie sehr freut dich das, wenn du jetzt so auf euren Terminkalender schaust und dann diese ganzen Konzerte siehst? Du bist ja wahrscheinlich jedes Wochenende dann irgendwie ab Mai, Juni im Einsatz und kommst gar nicht mehr nach Hause. Ja, also ja, das sind zwei Seiten. Natürlich auf der einen Seite freue ich mich extrem, wenn es wieder Veranstaltungen gibt und wir die endlich wieder durchführen dürfen. Auf der anderen Seite bin ich natürlich auch ein bisschen unter Druck schon, weil ich die vielen Veranstaltungen siehe, die sich da jetzt im Sommer nächstes Jahr staunen und geballt haben. Und ja, das muss alles durchgeführt, vorbereitet werden und das ist natürlich ein Haufen Arbeit, der da vor uns steht. Ja klar, es sind ja auch schon mehrere Veranstaltungen, die jetzt schon teilweise zweimal verschoben würden aus dem Frühjahr 2020, dann in den Sommer und dann direkt ins nächste Jahr und jetzt wieder. Also wie kompliziert ist das, wenn ihr so eine Veranstaltung praktisch komplett absagen müsst und ein Jahr später dann erst präsentieren könnt? Also am Anfang von Corona war das natürlich sehr blöd, weil das war natürlich sehr knapp vor dem Konzertsommer und alles sehr kurzfristig. Das war natürlich sehr viel Arbeit und man musste viel absagen und so. Aber mittlerweile ist das jetzt immer so ein Weiterschieben, Weiterschieben, das ist jetzt an sich dann nicht mehr so viel Arbeit. Das ist dann einfach immer nur erneut wieder frustrierend. Aber die Arbeit, ja. Nicht wundern, ich baue hier gerade so ein bisschen den Monitor ab, damit wir uns sehen können vielleicht. Aber die Arbeit war am Anfang deutlich mehr, als es jetzt ist, so eine Veranstaltung zu verschieben. So, Bildschirm ist aus dem Weg. Okay, was heißt, ihr habt da auch so zwischen Erfahrungswerte, mit denen ihr arbeiten könnt wahrscheinlich. Sind wir mal ehrlich, es werden wahrscheinlich auch immer dieselben Fragen sein von Gästen, die Tickets gekauft haben. Wie komme ich an mein Geld? Komme ich überhaupt an mein Geld? Oder wann wird das Konzert jetzt stattdessen stattfinden? Das wird wahrscheinlich irgendwie dann doch sich wiederholen, oder? Ja, das sind immer so Wellen, immer wenn so neue, wenn dann wieder Veranstaltungen verschoben werden, dann kommt wieder so eine Welle an Leuten, die Fragen haben und dann ebbt es auch wieder ab. Am Anfang war das Ganze extrem, da sind wir komplett überrollt worden. Und jetzt langsam haben sich die Leute schon mit der Situation so abgefunden. Und wenn die Veranstaltung dann wieder weiter verschoben wird, dann haben die gar nicht mehr so viele Fragen mittlerweile. Das hat sich etwas beruhigt. Ich muss ja immer, ich finde das immer, wenn man sich das mal vorstellt, das war ja gerade auch bei euch in der Branche so eine krasse Situation, weil praktisch ein Jahr lang nichts passiert ist. Also da war ja ein Jahr lang, hattet ihr praktisch keine Chance, irgendwie eine Veranstaltung über die Bühne zu bringen. Wahrscheinlich die Ticketverkäufe sind massiv auch runtergegangen in der Zeit. Und wenn man sich das mal vorstellt, welche Unternehmen kommt denn nicht in Schwierigkeiten, wenn man ein Jahr lang praktisch nichts machen kann. Also das ist ja klar, Restaurants konnten auch nichts machen und die konnten es wenigstens vielleicht noch To-Go anbieten. Aber bei euch war ja wirklich tote Hose das ganze Jahr lang. Bei uns war komplett tote Hose, ja. Wobei ich sagen muss, die Restaurants beneide ich auch nicht, weil die haben ja ständig so einen Hickhack und so ein Hin und Her. Und bei uns war quasi, da gab es nichts mehr zu reden. Da war einfach dicht und nicht so ein Hin und Her die ganze Zeit. Aber ja, das war natürlich nicht sehr schön. Nimm uns mal mit, weißt du noch, wann das erste Mal war, als du das Wort Corona gehört hast? Ja, das weiß ich noch eigentlich relativ genau. Und zwar, ich war im März noch in London bei einer Konferenz. Und da war dann kurz zuvor, kam dieses Thema auf. So, ja, fahren wir jetzt überhaupt noch nach London? Ist das jetzt schon eine Gefährdungslage oder nicht? Und ja, da wurde das langsam immer aktueller. Und als ich dann von London daheim war, kam relativ schnell der Lockdown. Aber davor war das nie so, dass ich mir das gemerkt habe. Es war nie so richtig wichtig für mich. Ich weiß noch, ich habe das allererste Mal, das war, glaube ich, im Dezember 2019, habe ich zu meiner Schande, gehört zu meinem Job, ich lese auch mal bei Bild online. Ich schaue zumindest mal, was die Kollegen da so schreiben. Und da weiß ich noch, ich kann mich noch an die Headline wirklich eins zu eins erinnern. Neues Killer-Virus in China? Und ich habe das nicht mal aufgemacht. Ich bin drüber gescrollt und dachte mir, oh ja, ist klar, schon wieder hier. Hätte ich das damals gewusst, dass ich jetzt nach zwei Jahren wieder im Dezember darüber spreche und das Ganze immer noch nicht zu Ende ist. Naja, wie seid ihr dann damit umgegangen, nachdem klar war, es kommt ein Lockdown? Oder ihr könnt erst mal Veranstaltungen vielleicht zumindest im näheren Zeitraum nicht durchführen. Wie war das dann bei euch im Büro? Ist dann erstmal Hektik ausgebrochen? Oder gibt es für sowas schon Notfallpläne? Also für sowas hatten wir keine Notfallpläne. Ganz am Anfang, als der erste Lockdown kam, waren wir auch noch sehr positiv. Wir dachten, ja im Sommer, wenn der Sommer kommt, dann wird alles wieder gut. Da können wir sicherlich ganz normal veranstalten. Und wir waren immer in so einem Leerraum die ganze Zeit. Wir wussten nie, was passiert jetzt. Wir wussten eigentlich erst so vier Wochen dann vor der ersten Veranstaltung im Sommer, dass es wirklich definitiv nicht gehen wird. Und das war immer so eine ganz ungute Situation. Wenn wir da schon von Anfang an gewusst hätten, ja okay, das wird im Sommer nichts, dann hätten wir schon reagieren können. Aber es war immer so unklar die ganze Zeit. Man dachte immer, nee, das kriegt man schon im Griff demnächst. Und das wird schon alles wieder. Und so haben wir alle lang gedacht, bis dann klar war, nee, das wird gar nichts in naher Zukunft. Also ich finde ja, ihr habt das Beste dann noch draus gemacht auch. Ihr habt dann halt neue Termine ausgemacht, auch mit neuen Künstlern teilweise gebucht. Wir arbeiten ja öfters zusammen, Donau-3FM und Allgäu-Konzerts. Und ich kriege das nicht als Erster mit, aber ich kriege das manchmal relativ früh mit, weil ich dann zum Beispiel die Grafiken machen muss oder bei uns auf der Website was einstellen muss. Und dann weiß ich das immer so zwei, drei Tage, bevor wir offiziell damit rausgehen. Und das ist schon toll, wenn man dann immer so eine Mail einfach bekommt und dann sieht, oh wow, okay, wir präsentieren Toto auf dem Münsterplatz, geil. Und solche Dinge. Also mir macht das immer ganz besonders Spaß. Gibt es aber, vielleicht wird, ich meine, bei dir, klar, ist mehr Alltag jetzt als bei mir. Aber gibt es bei dir noch was, wo du weißt, wo du danach durchgeatmet hast, bei vielleicht einem Künstler oder einer Band und gesagt hast, wow, das hat jetzt echt funktioniert. Was ist das für ein Wahnsinn? Also die großen Künstler, die wir so im Sommer haben, das ist für uns jedes Mal, wenn sich da was fixiert oder wenn das Booking dann bestätigt wurde, ist das für uns jedes Mal eine richtig tolle Erfahrung. Und da freuen wir uns sehr immer drüber zu. Klar ist das irgendwie Alltag, aber es passiert ja nicht so oft, dass man jetzt so einen großen Künstler fixiert. und das ist dann trotzdem auch immer toll. Aber jetzt ganz besonders war damals, als wir mal Iron Maiden hatten, das war halt ein Act, da kamen 25.000 Leute. Das war natürlich so voll krass für uns. Nimm uns mal mit, was passiert denn so, wenn ihr jetzt so einen Künstler festmacht, wenn ihr den bucht? Also wie funktioniert das? Sitzt ihr in eurem Kämmerchen und überlegt euch einfach so, auf wen haben wir Lust und wen fragen wir mal an oder wie geht das? Ja, man muss schon gut connected sein und einfach so ein bisschen mitkriegen, welcher Künstler plant jetzt seine Tournee und so weiter. So aus dem Nichts heraus jetzt irgendeinen Künstler buchen, das funktioniert schon manchmal. Aber so im Großen und Ganzen muss man halt auf dem Schirm haben, wann der Künstler einfach auf Tournee geht, wann ist der in Deutschland und dann kann man eben ein Angebot machen für verschiedene Städte. Und da ist einfach das A und O, dass man gut connected ist in der Branche und das einfach mitbekommt. Wie schwierig ist es für euch, da ihr jetzt ja einen Raum mit, also euer Name sagt schon Allgäu Concerts, ihr deckt einen Raum ab, das Allgäu, Ulm noch mit dabei, Richtung Stuttgart so ein bisschen, glaube ich auch. Ja, Bodensee. Wie schwierig ist das für euch zum Beispiel, dass da keine große Stadt drin ist? Weil ich kann mir vorstellen, dass ganz viele Künstler halt sagen, naja, da bin ich in Stuttgart, da in München, dann schaue ich mal, dass ich im Vorbeifahren noch, weiß nicht, Kempten mitnehme oder Schloss Salem. Wie ist das? Also ist das schwierig für euch? Also Ulm ist natürlich an sich schwierig, weil es halt zwischen Stuttgart und München liegt. Da muss man immer ein bisschen Glück haben, dass einfach der Künstler sich dann für Ulm entscheidet und nicht für Stuttgart oder München, wenn es größere Acts sind. Jetzt, umso weiter es dann Richtung Bodensee oder Richtung Allgäu geht, desto leichter wird es dann, weil dann die Großstädte einfach ein bisschen weiter weg sind. Klar, da kommt jetzt natürlich keine Adele in die Region, weil einfach die Halle oder das Venue gar nicht vorhanden ist. Aber so größere Acts kann man dann schon mal buchen, so im Zehntausender-Bereich, sag ich mal. Weil du es gerade angesprochen hast, das ist auch was, ich muss zum Beispiel mal ganz vielen Freunden erklären, die fragen, ja, wieso bringt der am Spür Sonntag nicht den und den und den und den? Wo ich dann immer erkläre, naja, auf dem Münsterplatz passen Pi mal Daumen 11.500 Menschen, so und jetzt musst du dir das durchrechnen, der hat so und so eine Gage und am Ende, wenn du möchtest, dass da Ed Sheeran kommt, dann musst du für dein Ticket irgendwie 500 Euro zahlen. Bist du dafür bereit? Genau, solche wirtschaftlichen Überlegungen, sind das halt dann auch. Ja, passiert das oft, also musstet ihr schon mal einem Künstler absagen, der was mit euch gemacht hätte und ihr gesagt habt, sorry, wir haben, du bist zu gut, wir kriegen dich hier nicht unter, weil wir nicht keine Location mit genug Plätzen haben. Ja, nee, also da versuchen wir das dann natürlich schon zu ermöglichen, sag ich jetzt mal. Irgendwie. Du hast ja von Kontakten gesprochen, ich bin mir sicher, dass man dann auch irgendwie sich irgendwo absprechen kann, vielleicht in Stuttgart, München oder sonst wo. Genau, also wenn, die Situation kann ich mir jetzt aber nicht daran erinnern, dass wir jemals einen Künstler hatten, der einfach zu groß für uns war und wir dem absagen hätten müssen. Also da würden wir dann natürlich alles in die Wege leiten, dass es irgendwie irgendwo möglich ist. Ja. Ihr seid ja auch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, eine Full-Service-Konzertagentur. Was heißt, ihr bucht nicht nur, ihr kümmert euch dann auch an der Location selbst um den Aufbau, ihr kümmert euch darum, dass eine gescheite Bühne da ist, dass Technik da ist wahrscheinlich. Oder klärt das mit dem Künstler ab, der seine eigene Bühne vielleicht mitbringt. Was sind da so die speziellen Herausforderungen? Ja, wir decken relativ viel durch unser Büro ab. Das machen nicht so ganz so viele Veranstalter so. Also wir machen wirklich vom Marketingkonzept bis zum Sicherheitskonzept alles selber bei uns im Büro und haben da auch die Kompetenzen entsprechend. Und ja, das ist dann natürlich viel Arbeit, wo halt manche anderen Veranstalter einfach dann extern vergeben und wir alles in-house machen. Weil du gerade gesagt hast, auch Hygienekonzepte und solche Dinge. Wie war das jetzt in diesem halben Jahr, wo Konzerte stattfinden konnten jetzt in der letzten Zeit? War das schwierig mit 3G-Regelungen und Impfnachweisen und Co.? Wie war das? Ja, das ist schwierig, ist jetzt vielleicht das falsche Wort dafür, aber es ist unglaublich aufwendig, so ein Hygienekonzept umzusetzen. Also man braucht unglaublich viel Personal. Das muss auch entsprechend gebrieft sein. Und ja, es ist einfach unglaublich aufwendig und kostenintensiv, dann sowas umzusetzen. Also das fängt ja dann schon an, dass man wahrscheinlich verschiedene Laufwege definieren muss. Ein-Ausgang, klar, Impfstatus prüfen oder Teststatus prüfen. Ja, jetzt nur mal kurz zu den 2G-Plus-Regeln, die es jetzt momentan gibt. Das heißt für uns Veranstalter eigentlich 4 Stationen zum Prüfen am Einlass, wo man vorher nur eine hatte. Also erst das Ticket, dann das Impfzertifikat, dann den Test und dann, was war denn jetzt das vierte? Ausweis wahrscheinlich, oder? Ja, wahrscheinlich Ausweis. Ich glaube, zum Personalausweis. Wir haben es auf jeden Fall erst durch überlegt im Büro und kamen auf vier Stationen. Ja. Ja, ist schon eine Menge Arbeit. Weihnachtsmarkt-Ulm ja auch 2G-Plus momentan noch, solange er noch stattfindet. Das ist ja jetzt alles in der Schwebe. Ich muss sagen, für mich war das so ein bisschen, man ist schon reingekommen und du hast dich jetzt mal so gefühlt, als ob du jetzt die Justizvollzugsanstalt besuchen möchtest, weil du musst deinen Personalausweis zeigen, deinen Impfstatus, deinen Test, bis du dann endlich reinkommst. Aber tatsächlich, auch das habe ich dann ziemlich schnell gemerkt, man hat sich unglaublich sicher gefühlt auf dem Münsterplatz. Also ich hatte keinerlei Bedenken und ich war in den letzten Tagen oft jetzt in Ulm zumindest auf dem Weihnachtsmarkt und das ist an der freien Luft. Die sind alle geimpft oder genesen und getestet. Da ist wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich mich abends im Fitnessstudio anstecke. Wobei auch da ist jetzt 2G-Plus. Ja, also ich denke auch, dass schon viele Infektionen jetzt nicht auf solchen 2G-Plus-Veranstaltungen sind, sondern eher dann im privaten Bereich, wo man halt dann unkontrolliert alles Mögliche machen darf. Gibt es eigentlich ein Konzert, ein Lieblingskonzert von dir? Also jeder hat doch so ein Konzert, wo er sagt, das war schon mit das Tollste, auf dem ich war. Wahrscheinlich, also du musst jetzt wahrscheinlich aufpassen, was du sagst, nicht, dass am Ende noch jemand sauer ist. Aber gibt es was, wo du dich zurückerinnerst, wo du sagst, das war schon? Schon schön, ja. Also von unseren eigenen Konzerten, sage ich jetzt mal, wo ich ja das immer nur so bedingt erleben kann, weil ich ja am Arbeiten bin, da war das schönste Konzert mal für mich vor einigen Jahren, James Blunt. Nicht, weil ich den Künstler so toll finde, sondern weil da einfach ein so Moment war, wo er ein tolles Lied gespielt hat und ich dann so über die Leute geguckt habe und mir so gedacht habe, ach ja, deswegen mag ich meinen Job, ja. Das macht schon richtig Laune. Und die James-Blunt-Fans sind natürlich sehr, das sind richtige Fans auch. Die Frauen, die sind da reihenweise umgekippt und das war irgendwie schon so cool zu erleben. Und ein anderes Konzert, wo nicht von uns veranstaltet worden ist, aber wo ich die Band toll finde, waren die Red Hot Chili Peppers. Also die schaue ich mir immer sehr gern live an, ja. Das kann ich mir vorstellen. Wäre auch schon toll, wenn wir die auch mal veranstalten könnten, aber... Dann gerne auch mit Donautreib. Ja, gerne. Kein Problem. Das würde auch super zu euch passen. Ja, in der Tat, in der Tat. Vielleicht erfüllt sich der Traum ja mal. Was war dein erstes Konzert? Mein erstes Konzert, boah, was war denn das? Wahrscheinlich irgendwie so Nena oder sowas. Weiß ich gar nicht mehr. Nena ist cool. Geht schlimmer. Bei mir war es Three Doors Down in der Schleih... Nee, Schleihalle, Blödsinn. Das war in der Porsche Arena. Da ist aber auch schon ein paar Jährchen her. Naja, wie sind denn aktuell jetzt die Planungen bei euch? Also du hast ja gesagt, ihr habt jetzt über den Winter nicht so viel, was ansteht. Jetzt ist natürlich gerade wieder Großveranstaltungen sollen abgesagt werden. Selbst unter 2G Plus ist das nicht möglich, wenn es zumindest jetzt nach der Landesregierung geht, wenn der Beschluss dann in den nächsten Tagen kommen sollte. Aber habt ihr euch schon Gedanken gemacht? Macht ihr jetzt, arbeitet ihr einfach ganz normal weiter? Oder wie macht ihr das jetzt momentan? Ja, also unsere Hauptarbeit momentan ist, die Open Airs, die im Sommer stattfinden sollen und alle Veranstaltungen, die so auf Sommer hin sind, vorzubereiten. Das haben wir zum Beispiel letztes Jahr um die Zeit nicht gemacht, weil wir da schon etwas kritisch geguckt haben, ob das was wird. Aber für nächsten Sommer sind wir schon äußerst positiv, dass die Veranstaltungen stattfinden können. Und deswegen fangen wir jetzt auch mit den Planungen an und buchen Material und Personal und überhaupt. Genau, also das machen wir gerade momentan. Nimm uns mal mit, auf was muss man denn da so achten? Also was müsst ihr denn buchen zum Beispiel? Es fängt bei den Dixi-Klos an und hört wahrscheinlich beim Künstler auf. Ja, genau. Also als erstes bucht man natürlich den Künstler, dann macht man einen Vorverkaufsstart und dann fängt man mit der Bewerbung der ganzen Veranstaltung an. Und dann sollte man, wenn man eine große Veranstaltung im Sommer hat, relativ schnell eine Bühne finden, vor allem nächstes Jahr. Die sind sehr begehrt, weil sich ja alles für nächstes Jahr irgendwie gestaut hat. Und da haben wir ja Gott sei Dank den Stefan bei uns, unseren technischen Leiter, der das alles schon auf der Uhr hatte und das alles schon gebucht hat, die Bühnen. Und dann geht es weiter natürlich mit der Infrastruktur vor Ort, mit Zäunen, Dixi-Toiletten. Denn auch Personal ist nächstes Jahr ein Thema. Sollte man früh dran sein, das zu buchen. Genau. Und ja, auch Gabelstapler, Technik, Licht- und Tontechnik. Wie ist denn gerade die Situation? Weiß ich ja, viele Künstler haben ja Nachholtermine auch. Ist es schwieriger momentan, neue Termine festzumachen? Weil der Künstler sagt, hey, hier, schau dir meinen Kalender an. Ich bin jedes Wochenende woanders. Wann soll ich denn jetzt noch zusätzlich auftreten? Ja, das stimmt. Viele, viele Künstler haben halt ihre feststehende Tournee, die jetzt mehrmals verschoben worden ist und wollen da natürlich auch keine neuen Termine machen, sondern erst mal die Tour spielen, die sie halt schon seit drei Jahren im Verkauf haben. Aber ja, so einzelne gibt es schon, die einfach generell jetzt pausiert hätten die letzten zwei Jahre und jetzt neu auf Tour gehen wollen. Aber die meisten sind schon, es ist schon eher schwierig, jemanden jetzt noch für nächstes Jahr zu finden. Zum Beispiel ist mir aufgefallen, Anastasia hat ja, glaube ich, ursprünglich war hier in Ulm das einzige Deutschlandkonzert, wenn ich mich nicht täusche. Und da sind jetzt auch noch mal ein paar Stops dazugekommen sogar. Also bei ihr ist es andersrum jetzt. Sie geht jetzt extra auf Tour, wie du gerade gesagt hast, nach den zwei Jahren Pause. Genau, sie hat jetzt um ihren Ulm-Termin herum noch ein paar andere Termine fixiert und kommt jetzt für eine ganze Tour. Schau, das ist jetzt Balsam auf meiner Seele, wenn Künstler wie Anastasia um Ulm rumterminieren und nicht Ulm irgendwo dazwischen geschoben wird. Genau. Hast du Wünsche ans nächste Jahr, ans Konzertjahr 2022? Ja, ich habe schon Wünsche. Und zwar, dass die Impfquote entsprechend ist nächstes Jahr, dass wir einfach gut veranstalten können und dass es natürlich auch keine Varianten des Coronavirus gibt, wo uns dann wieder einen Strich durch die Rechnung macht. Das wäre schon schön, ja. Wenn einfach mal, also wir können natürlich gern 2G oder sowas machen, aber es sollte halt irgendwie Land in Sicht sein. Ja, klar. Mein Wunsch fürs nächste Jahr ist, einfach mal wieder bei einem Konzert stehen zu können. Ich war nämlich dieses Jahr leider tatsächlich noch nicht. Ich habe, glaube ich, für nächstes Jahr jetzt inzwischen 8 oder 9 Tickets rumliegen, die sich auch schon verschoben haben. Aber mein Wunsch ist gerade einfach nur, in so einer Menge zu stehen und mitzusingen und Spaß zu haben. Darauf freue ich mich. Ohne schlechtes Gewissen. Genau, ohne schlechtes Gewissen. Ja, aber es ist ja so. Wann war denn das? Ich war in Graz im Juli diesen Jahres und ich meine, die Österreicher nehmen das ganze Jahr ein bisschen lockerer als wir. Gut, ich meine, was heißt lockerer? Die haben jetzt eine Impfpflicht inzwischen. Aber ich habe das Gefühl, die waren einfach ein bisschen entspannter mit der ganzen Situation, die Bürger zumindest. Und da war auch so eine Art Stadtfest, als ich da war. Und wir sind da hingelaufen und bei uns in Deutschland war da Ende Juni, Anfang Juli, war bei uns noch halb Lockdown gefühlt. Und bei diesem Stadtfest sind Menschen Massen gewesen, ohne Abstand, ohne Maske. Da ist mir ganz schwummi geworden. Also da habe ich das Gefühl gehabt, ich mache hier gerade was Illegales sogar. Also wie du sagst, tatsächlich. Das Gefühl kenne ich. Also tatsächlich, dass das weg ist, dass man einfach zwischen Menschen stehen kann und sich freut, vielleicht sogar, dass man jetzt angerempelt wird von der Seite. Ja, darauf freue ich mich. Ja, darauf freue ich mich auch. So richtig schön. So ein richtig schöner Pogo. Ja. Wobei das für mich nicht so gut ist. Ich bin ja eher schmächtig da. So ein Pogo ist eher nicht so toll. Du kennst ja die andere Sicht. Wie ist denn so ein Pogo von der Bühne? Das sieht ziemlich cool aus, ja. Von oben. Also da gibt es ja die Runden. Also erstmal jetzt für die zahmen Donau-3-FM-Hörer, die nicht wissen, von was wir sprechen. Pogo ist, das gibt es in verschiedenen Formen. Also zum Beispiel macht man innerhalb des Publikums ein Kreis, so ein Kreis bildet sich und dann wird da eben, ja wie nennen wir es, nennen wir es sehr ausgelassen getanzt in diesem Kreis. Und wenn man... Geschubst. Genau, und geschubst wird sich. Und wenn man Angst hat, sollte man lieber zwei Schritte weiter nach hinten gehen, weil da kann dann durchaus auch mal einer aus der Reihe tanzen. Aber ich habe das auch schon erlebt, also da wird dir immer aufgeholfen. Sobald du in so einem Pogo-Kreis umfällst, wird angehalten und dir aufgeholfen. Ja, normalerweise guckt man da drauf, dass man die Leute, die umfällt, wieder aufhebt. Ist das für euch als Veranstalter schwierig, wenn jetzt zum Beispiel ein Künstler, da gibt es ja dann verschiedene, es gibt ja auch diese Wall of Death, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, wo sie dann aufeinander zurennen richtig. Denkt ihr euch da so einfach Hand vor die Augen und nicht hinschauen und hoffen, dass jetzt nichts Schlimmeres passiert? Oder wie ist das, wenn so ein Künstler da auf der Bühne steht und jetzt sagt, so und jetzt aber mal so richtig Radau und Rabatz hier? Ja, da kann man nicht viel machen als Veranstalter, außer es über sich gehen zu lassen und hoffen, dass nichts passiert und halt zu gucken, dass die Sekos auf jeden Fall ein gutes Auge drauf haben auf dem Pogo, dass wirklich es jedem da gut geht da drin. Aber ansonsten kann man nicht so viel machen. Ja, man kann ja nicht auf die Bühne springen und sagen, nein, bitte nicht. Das würde zumindest für viele Schlagzeilen sorgen wahrscheinlich, wenn du auf die Bühne rennst und den Red Hot Chili Peppers das Mikrofon klaust und schreist, nein, stopp. Nein, verboten. Hast du noch eine Anekdote oder sowas? Also wenn wir jetzt eben davon sprechen, was man nicht machen darf, aber ich kann mir vorstellen, bei euch als Konzertveranstalter, du hast schon Dinge erlebt, über viele wirst du wahrscheinlich gar nicht sprechen dürfen oder können, aber gibt es sowas, wo du sagst, boah, ja, das ist schon eine lustige Geschichte gewesen? Ja, mir fallen jetzt schon ein paar Sachen ein, über die ich hier einfach nicht reden kann, wo wir bürointern immer wieder drüber schmunzeln oder uns drüber kaputt lachen, ja. Aber was uns mal passiert ist und wirklich irgendwie auch ein ganz lustiges Bild war, auch wenn die Situation nicht so witzig war, und es ist mal eine Trailerbühne in Buchenberg bei unserem Open Air einfach komplett abgesackt und war dann einfach nur im Schlamm gesteckt. Das Bild, das werde ich nie vergessen, wie einfach, ja, die komplette Bühne da abgesoffen ist, mehr oder weniger. Und die war aber Gott sei Dank ja noch auf dem Trailer drauf und wir haben dann ganz viele Bauern aus dem Umkreis, also die wir auch kennen, Gott sei Dank, angerufen und irgendeiner hatte dann so einen großen Traktor, dass man das wirklich geschafft hat, den Trailer da wieder rauszuziehen. Aber das war schon, ja, jetzt im Nachhinein kann man da wirklich drüber lachen und wenn ich mir die Bilder am Handy anschaue, dann kann ich jetzt auch lachen. Aber in dem Moment war es gar nicht so lustig. Nee, das glaube ich. Aber die ist einfach, ja, die ist einfach komplett im Schlamm abgesoffen. Ja, da kommt dann wahrscheinlich die Panik. Da denkt man sich, ja, fuck, was, also, Entschuldigung, was mache ich denn jetzt? Es war so, ja, verdammt, wie kriegen wir die Bühne wieder aus diesem Schlamm raus? War das vor oder nach dem Konzert? Das war Gott sei Dank davor und wir hatten dann natürlich etwas Zeitnot, dass die Bühne auch rechtzeitig steht. Es hat dann alles noch geklappt. Wir konnten die da ein bisschen anders hinstellen. Aber in dem Moment war es echt krass und es war ein heftiges Gewitter auch, das da eben parallel zum Aufbau eingeprasselt hat und deswegen entstand die Situation. Wetter ist eh so eine Sache, die euch wahrscheinlich immer beschäftigt. Ja, das wäre auch noch so ein Wunsch, den ich für nächstes Jahr habe. Ich hoffe, ich werde erhört da oben. Schönes Wetter. Nicht so ein Wetter, wie wir dieses Jahr hatten, sondern so ein richtig tolles Sommerwetter. Open-Air-Wetter. Open-Air-Wetter, wenig Gewitter, keine krassen Wetterlagen. Das wäre schön, ja. Ja, das glaube ich. Das wünsche ich mir auch. Und für alle Menschen, die sich schöne Geschenke wünschen, kann ich auch nur empfehlen, mal bei euch auf dem Webshop vorbeizugucken, bei Allgäu-Konzerts. Es gibt für die meisten Konzerte noch Tickets beziehungsweise oder wieder. Hier zum Beispiel Mark Forster ist ja jetzt auf dem Weili-Gelände Neu-Ulmstadt auf dem Münsterplatz und da sind noch mal ein paar Tickets frei geworden. Also es ist einfach ein größeres Gelände jetzt, da passen mehr Leute hin. Schönes Weihnachtsgeschenk, finde ich, so ein Konzert-Ticket, weil dann hat man was, worüber man sich noch freuen kann. Also du packst es nicht aus und es ist so fertig halt, sondern du hängst das dann. Ich hänge meine Konzert-Tickets, die hängen alle bei mir am Kühlschrank. Und jedes Mal, wenn ich morgens den Kühlschrank öffne, um Milch rauszuholen, sehe ich dann die Tickets und freue mich drauf. Ja, wir werben ja immer mit Emotionen zu Weihnachten verschenken. Und ich finde, das trifft es ganz gut, weil man verschenkt kein Ding oder keine Sache, die dann einen nur kurzzeitig erfreut und dann wieder vergessen ist, sondern man verschenkt ein Erlebnis. Und man vielleicht nicht mehr vergisst. Genau, sind wir mal ehrlich. Also ich kann mich, glaube ich, an fast jedes Konzert zum Beispiel, zumindest wo ich war, noch erinnern. Klar, bei den Festivals verschwimmt es dann manchmal so ein bisschen, wann jetzt, wo, wer war. Aber wenn man so zurückblickt, kann sich, glaube ich, jeder an die schönsten Konzerte, auf denen er war, erinnern. Und das ist ja tatsächlich was sehr Wertvolles. Ja, finde ich auch. Super. Michaela, ich danke dir, dass du heute da warst in unserem nicht ganz Weihnachtsmarkt-Radio. Ja, danke, dass ich kommen durfte. Aber du kriegst jetzt noch einen Glühwein-Gutschein von mir und dann geht es vielleicht noch, wenn es zeitlich klappt, auf den Weihnachtsmarkt. Ja, hoffentlich. Dann, ich drücke dir die Daumen, dass nächstes Jahr Wetter mitspielt, dass Corona mitspielt, dass Impfzahlen mitspielen, dass alles mitspielt, was mitspielen kann. Und freue mich schon darauf, wenn wir dann im besten Fall auf dem Münsterplatz bei Toto oder im Weili-Gelände mal zusammen anstoßen, so ein Bierchen. Und hat funktioniert. Das machen wir definitiv, wenn die Veranstaltungen hoffentlich stattfinden. Ich drücke die Daumen. Ich auch. Das Donau 3 FM Weihnachtsmarkt-Radio direkt vom Ulmer Münsterplatz auf deine Ohren. Jeden Tag eine neue Folge klingt mit Glühwein sogar noch besser. Donau 3 FM Bis zum nächsten Mal.